Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play, na, ja, wie heißt das nochmal, Egal, Wackfest, davor habe ich vergessen, Next Car Game, genau, und diesmal geht es um Auto zerstören, ja, ihr seht, Englisch, aber, das deutsche Menü, aber wir starten gleich sofort, hier kann man, äh, ich zeige euch mal alles, nauküblich, total schlachtung, äh, 23 ist Maximum, äh, ihr seht, das ist wie TV Total Stalker Car Challenge, einfach kaputt machen, also, das Rodeo plus anders, wow, fasziniert, oder? Ja, ihr seht, das lasse ich mal, das erste Mal jetzt drauf, die Ladezeit, damit ihr mal seht, wie lange das lädt, und der Anfang ist immer sehr laut, das sage ich schon mal, deswegen bin ich am Anfang immer, und jetzt, BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Wow, kaputt, und ich wollte euch noch zeigen, hier geht alles kaputt, nicht alles, oh, Junge, da zum Beispiel, und, uh, fährt jetzt irgendwie rückwärts, ich weiß auch nicht, wenn man Y drückt, also, ich fahre mit, äh, Controller, kann man die Sicht ändern, das ist ja Pitquok, wollte ich sagen, oh, guck, die FPS zeigt mir, ja, oder so, oder doch dichter, oder so, ich fahre, so, ja, da seht ihr, oh, jetzt habe ich sie nicht gesehen, und ihr seht, es muss nach Touchdowns gehen, äh, und es sind 23 wieder da oben, und wir sind gleich schon kaputt, also, das erste hier, die paar ersten Minuten, ähm, cutte ich erst mal nichts, damit ihr mal ein bisschen das Menü und so sieht, aber, wie ihr seht, sind wir noch gut mittendrin, und wir wollen jetzt mal zerstören, oder, also, schaffen tun wir es nicht, weil das ist das Anfangsauto, bam, einfach mal voll in die Menge rein, jetzt qualmen wir, oh, der da vorne ist auch nicht mehr lange drin, und der macht uns kaputt, und ja, ihr seht da, so, wie viel Score, die letzte, die continue, denn, das ist die Ladezeit nochmal, die letzte hier, äh, drinne, so, jetzt haben wir 325 Dollar verdient, da oben rechts, seht ihr jetzt, äh, wie viel Money wir haben, ich glaube, 9820, ja, äh, ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorbesorgt, Geld, weil ich habe über eine Stunde gedauert, bis es jetzt so klappt, wie es ist, äh, ich habe erst gestartet, dann war die Musik zu laut, dann war nochmal die Musik zu laut, blablabla, und so weiter, dann war es FPS Einbrüche, und so, ja, und XP, weiß ich nicht, und ihr seht, man kann es in Multiplayer spielen, also, wer das zahlen will, gerne, 35 Euro, und man muss sagen, das ist noch ein Early-Earses, seit, gut, 6 Monate, oder so, weiß ich nicht, äh, dann gehen wir mal in die Garage, ach, sind wir ja schon, guck mal, da, und hier seht ihr, Change Parts, Paint Car, Car Info, und Cell Car, also, wollen wir mal Market gehen, um zu gucken, welche Autos kommen, äh, Engine, ja, den können wir uns kaufen, aber, wollen wir den erstmal aufrüsten, oder kaufen, ja, jetzt wäre eine Live-Übertragung, gut, weil, dann könntet ihr ja jetzt mitbestimmen, weil jetzt so direkt fragen könnte ich ja nicht, daher, pumpen wir es mal auf, ne, okay, das ist schon, ich dachte, hier ist aufpumpen, und nichts reparieren hier, naja, dann habe ich das wohl in Englisch falsch verstanden, irgendwie, äh, kostet das Geld, install it, okay, ah, wie jetzt, okay, wir haben alles, schon, das heißt, wir können's, machen wir, ah, guck mal hier, zeig mal, wie install it, nein, ich wollte's doch nur ansehen, äh, das ist grün, egal, lass ich so, jetzt haben wir Geld verschwendet, ja, das steht nicht mal wie teuer, egal, denn, holen wir einfach, ne neue Karre, sorry, wenn zu lange jetzt dauert, den Hauptmenü, äh, wir können uns, American 1, also hier kann man echt viele, das ist die Verbesserung, das sind die K's, guck mal, wir können uns den heißen, aber ich schätze mal, ja, ihr seht hier, kann man nicht, so viele kann man gar nicht, hier kann man noch Europäer, was ist der Haken, Haken, okay, den Haken heißt, haben wir schon, äh, ich weiß aber nicht, Fußsystem, Tyrus, ja, für das Spiel muss man Englisch können, also, kein starkes Englisch, würde ich sagen, äh, Entake Maniford, heißt bestimmt, so was für Standfestigkeit, würde ich jetzt sagen, aber, gucken wir uns das mal, okay, Entscheiden, also Energie, Energie, können wir, nee, wir brauchen hier, Fußsystem, Gearbox, nee, brauchen wir nicht, Drive, Train, Suspension, Brakes, kaufen wir uns mal Brakes, ein paar mal so, dann behalten wir das mal so, und gehen, weil wieder am Start, ach, hier kann man auch, Typ Modus ändern, das finde ich auch sehr cool, Entschuldigung, wenn das so eine Art Tutorial von das wird, Deathmatch, Team Deathmatch, lässt man es sehen, ne, dann gehen wir mal in Small Stadium, und, machen wir, so, da sind wir wieder zurück, oh, das ist ja, wirklich ziemlich klein, also, ich weiß nicht, ob wir das hier überleben, kommt, direkt Kontakt, oh, da hat er uns richtig wegge, oh, ja, Frontscheibe schon mal geplatzt, miss, ist das wirklich, das wäre wirklich, oh, da habe ich leichte FPS Einbrüche, bei den kleinen, ach, vielleicht war alle, komm den, BÄN, der hat es echt nicht, und der nächste, oh, selbst, ach, unten links, guck mal da hin, da sieht man, wie stark das, das geschieht, oh, ja, man kann hier, sehr, ähm, alle auf einen Haufen, komm den, BÄN, oha, also, das zieh mir, oh, eben kurz Anlauf holen, und dann, jemanden, ähm, hier, kaputt machen, und wie er sieht, da links, rechts, auf jeden Fall, oh, oh, ich bin gleich, weg, ich muss aufpassen, oh, oh, egal, einfach durch, und, ja, oh, ich hab Gefühl, das Rad fällt gleich, ja, nein, komm, brems, ja, gut, okay, nein, boah, ach, man kann noch auf schwer stellen, auf leicht, also, wir haben gerade leicht eingestellt, so, ui, 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 boah, Frame-Einbrüche, vielleicht schaffen wir den, ah, nicht, nein, ach, man kann hier noch, Rennstrecken und so machen, ich, schweig euch einmal alles in, drei, vier Parts, so, ähm, machen wir den kaputt, beziehungsweise machen wir uns kaputt, ah, doch nicht, schön, okay, immer noch keiner kaputt, also, komm, den, Bähn Was? Was? Nein! Okay Hopp zum nächsten Rennen Wir sehen uns gleich So, jetzt haben wir 300 Dollar Dann nochmal weiter zum Rennen Galitz Äh, Deathmatch Egal, gehen wir weiter Loan Mover Derby Okay, dann sind wir Mache ich Sehen wir uns gleich Okay, da sind wir Oh je Rasen Na dann, ui, schön, schön, boah, wenn einer hoch, oh boah, nein, oh, what the fuck, ihr seht schon, ey, das ist echt, also, ich find's geil, kostet sieb, äh, 35 Euro, man muss sagen, teuer, aber ich hab's mir in Cell geholt, da hat's sieben Euro, 17, oh, äh, 70 Euro, genau, statt 35, das doch bitte, ähm, ähm, 17, 41, was hat's gekostet, irgendwie so, oh, nein, oh, 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 alter, ui, unser, unser Wagen sieht auch nicht mehr wirklich pralle aus, also, möchte jemand, äh, so ein Wagen loswerden, kann er sich ruhig bei mir kimmeln, ja, ich glaub, wir holen uns mal einen anderen Wagen, aber ich weiß nicht, ui, 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 mein, ja, mein Wagen braucht länger zum Schalten jetzt, weil ich hab eben, einmal ganz kurz LT, wah, also, der hat auch jetzt eine richtig späte Reaktionzeit, da er kaputt ist, aber, wie wir, und wir, äh, komm, komm, einmal, so, BAM, von so'n Art Golfwagen, wie's aussieht, oh, vor dem Einbrüche, ich glaub, ich sollte mal ein bisschen weniger einstellen, boah, und die Fahrt, da freu ich mich richtig drauf, auf diese Rundfahrt, als Rennen, so in Art, nein, nein, boah, ich will das jemand da hoch, ja, komm, da rauchen richtig viel, oh, schön, oh, nee, da sind wir tot, und dann, sag ich's mal wieder, ist geil, Ui, wie soll, für 300 Dollar, ok, danke, dann gehen wir weiter, zum nächsten Derby, Santa Derby, ja, das hört sich lustig an, bist geäulich, naja, wir müssen das kleine Teil nehmen, hab ich sehr vergessen, egal, jetzt spielen wir mal, ach, schade, dass da unten kein, ist das genau dasselbe wie im Schnee, äh, wie das davor bloß im Schnee, boah, wollen wir mal auf richtig hart machen, gibt's bestimmt richtig coole, boah, äh, crashes, oh nein, meine Nase, die kribbelt, ok, ui, ja, meine Lampe ist draußen, los, alter, boah, nee, alter, oh, da wurden wir weggecrashed, hallo, lässt du mich mal raus, hallo, ach du meine Güte, also, ob der nochmal fährt hier, ach du meine Güte, oh, ach du meine Güte, geh weg, oh nein, ihr seht, der, ja, ok, kann man nix machen, äh, ich war in der LK eingedrückt, also sehen wir uns gleich wieder und ich hab voll, egal, ist egal, bis gleich, juri, cyber, 300 Dollar, ok, nächstes, Mud Pit, jetzt stellen wir mal auf Deathmatch, Team Deathmatch, egal, ist mir, bisschen weniger, ja, Mami wird 20, bis gleich, komm zur letzten Runde, weil ich weiß nicht wie lang, 12, 13 Minuten, jetzt spielen wir mal auf, boah, nee, oah, da wurde jemand, da, ui, oah, ich dachte dahinter wer war, aber, war anscheinend nicht, ah, das ist doch viel größer, sag mal, guck mal, hier sieht man Reifenspuren, ne, äh, unten auf dem Boden, äh, und, oder war das hier schon, oder, ich weiß nicht, kann jemand das mal sagen, ah, guck mal, oh, zack, durften ihn, oder, ja, ich glaub, das war schon so, das sah eben sehr stark danach aus, oh, oi, ich möchte wieder raus, oh, mein, okay, drei sind draußen, das seht ihr da oben, noch einmal rein, ich glaub, der ist da auch, der grüne, oh, mein, Güte, okay, das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Geld, als sonst, oh, komm, oh, nein, nein, ui, zack, einmal gequasht, oh, oben rechts, wenn ihr nach links guckt, critical damage, äh, wir haben vorne nichts, rechts nicht mehr, nichts mehr, es wär echt geil, irgendwie, okay, äh, wenn die Räder abfliegen könnten, naja, bis gleich, ne, bis nächste Folge meinte ich, Entschuldigung, ja, das war's, ich würd mich echt freuen, über ein Deslike, wie immer, und, dann bis zum zweiten Part, ciao.